Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Minecraft und ja, ich warte immer noch auf Toki, 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 damit er hier den Emerald abbaut, weil der nämlich eine Efficiency-Pickax hat, wodurch da mehr Emerald rauskommt, was wünschenswert wäre. Emerald-Quest, warte. Achirath? Weiß nicht. Geht ihr denn hier noch so weit weiter, oder was macht ihr hier die ganze Zeit? Ja, da noch ganz viel weiter. Ach, hier sind wir oberhalb von unserem... ah. Oh, da geht's ja auch noch weiter. Oh, das ist der Riss, oder was? Ja. Stopp. Einfach alles durchlöchert. Durchlöchert. Wie deiner Mama. Ja. Wie ist das der Mama? Gut. So. Jetzt kein Schauenkreis, so bist du. Dann muss ich jetzt mal wieder zurücklaufen. Alles klar. Ja, da weiter. Dann lade Treppchen hoch. Hier? 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 Hier. Da siehst du das Emerald. Alles klar? Da ist es ja auch noch ein hessischer Luca sein Weg steht. Nein! Was ist das denn der Aufstiegsstein? Nein! Also ich gehe hier jetzt gerade mal in den oberen Teil der Schlucht rein. Und gucken wir das mal genauer an. Dass wir immer noch keine Miene gefunden haben, ne? Das ist echt sad. Das wäre halt schon ganz schön interessant. Ja. Können wir in einem so besnacken? Und so. Ja, das ist falsch. Irgendwann neben mir? Ja. Oh ja, ich bin unter der. Ja, das ist ja. Hi guys! Jetzt ist Tuggi auch hier. Hallo Clipper. Da oben. Hm. Der Stern war immer sneaky um ne Ecke. Manchmal hab ich auch echt das Gefühl, dass Clipper sich versteckt nur um ne Ecke. Ja, ja. Magst nicht hier oben zu arbeiten, Chris. Da oben ist eigentlich wirklich Kappen. Ja, oben kann man runterfallen. Aber andererseits... Da sind hier halt vielleicht auch mal ganz volle Sachen. Allerseits hab ich kriegen 30 Level. Ich will die behalten. Ach, natürlich. Ich sehe immer Leute rumlaufen. Keine Ahnung, wie es da hingeht. Das ist echt... Premium-Warte, ja. Das spell ich mich jetzt kurz ein. Das erste Mal zur Zeit. Wow. Ah, mir ist warm. Ich gehe duschen. Alter, deine Aussagen sind immer so... Komplett random. Oder ist das Eisen jetzt gerade mal runtergefallen? Ah, ist schon gut oben zu arbeiten. Weil, hier sind wir hier. Verdammt. Wir sind wieder hier. Das ist eigentlich, um Zeug zu finden, müsste ich in die andere Richtung. Oh, Chris ist. Ja, da hab ich schon abgegrast, so. Oder noch weiter hoch. Ja, hier geht's auch noch mal an der ganze... Alter, wie es hier hochgeht. WTF? Ja, gut. Jetzt gehe ich aber erstmal hier so rüber. Und hier ist noch so ein... ...klarer Höhleneingang. Hm. Ende des Tages hätte ich, glaube ich, mehr Erde mitnehmen sollen. Ohhhh. Alles klar. Alles klar. Ähm. Hier brauche ich vielleicht noch wen. Ist da ein Creeper gekommen? Ne, 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 ne. Aber großen, großen, großen Höhenteilabschnitt, so. Was ist doch vorhin noch hinter mir, oder nicht? Ja. Kommen wir hier rüber. Hm. Hm. Nein, Eisenpicking sind doch gleich hinüber. Ist nicht so cool. Jetzt dauert es wieder viel länger. Ja, da geht es noch ein Stück. Also... Ich bin jetzt noch nicht bis zu... Alter, die sind Drecksviecher, ey. Das kann ja nicht sein, Alter. Alter. WTF? Mach die kaputt, Alter. Jetzt ist mein Schwert auch noch kaputt, ey. Ich finde es lustig. Alter. Es sind halt immer noch 5 viele in der Wand hier, ey. Drecksviecher, ey. Alter Schwede. Was geht denn da nicht? Alter. Kann ich nicht sein, ey. Vor allem, die habe ich nicht mal gehört vorher. Ja. Hier sind auf jeden Fall überall noch die Viecher in der Wand. Na gut. Kann man machen? Ja, das machen wir nicht. Ach, da diese gelben Spots, ne? Links und rechts immer. Ja, ja. Heilige Scheiße, ey. Das sind ja mega viele. Und die machen halt auch nichts, ne? Ja, also. Ja, die machen halt, also machen schon ein bisschen Damage. Wenn es halt so viele sind. Dadurch, dass es so viele sind. Kannst du die halt auch nicht so schnell klären, so. Was die Viecher halt auch nicht vernünftig. Ja, ja. Weil sie so klein sind. Drecksviecher. WTF? Das war Toki. Hm? Ich glaube auch. Der will rascheln. Mit irgendwas. Toki, wie kann man mit der Pizza rascheln? Ja, das braucht die Süßigkeiten, Tim. Weil mehr ist schlecht, da ist alles durcheinander. Richtig gute Idee. Weil alles reif. Ja, so ein bisschen Hotgar. Hm. Limo. Geht's da noch viel weiter? Ja. Das ist mir nicht so. Ist hier die Ressourcen noch da? Ja, ist das hier so? Okay, also hier ist N, ne? Ja, hier ist Emerald. Toki! Hey! Ich hab verpullet. Dann musst du vielleicht einfach die Spitzhacke abgeben. Seid hier? Ja. Geh mal oben in die Schlucht rein. Ja, jetzt hier einfach durchgerannt. Ja, ja, klar. Seid ihr zur linken Seite oder seid ihr rechts lang? Hm. Unterschied. Ich versuche mal nochmal zurückzukommen. Hier. Oh. Falsch, da war ein Stein. Hier rein. Nicht die Wände aufbuddeln, sonst wird's ungemütlich. Prostisch. Hier. Für dich keine Sackgasse gewesen, lieber? Äh. Ach du Scheiße. Ja, alles klar. Ganz viel Materialsgünste hier. Alter, das ist halt auch nicht schlecht. Guck mal, mit dem letzten Mal, als wir hier Ressourcen geholt haben, die haben wir jetzt damit durchgehalten, ne? Das ist halt schon ganz lange halt, ne? Ja, ja. Machst du dann halt einmal alle... ...alle halbe Ewigkeit und dann ist gut. Oh lol, Tuki, wie bist du denn hier rausgekommen? Einfach den Gangen? Achso, du bist einfach den Gangen raus gelaufen, ohne auszuleuchten. Okay. Äh, hier sind aber in der nächsten Schlucht, wie wir schon mal waren. Warte. Dich mir will das jetzt irgendwie irgendwo alles verbunden... ...und mit mir jetzt nicht so sonderlich. Dann kann man keine Fackeln schmeißen, das ist ja geil. Ja, das heißt, das ist ja nichts. Dann würde dann dementsprechend einen Mock finden, oder so. Ja dann ist die Schlucht hier aber relativ wunderschön, oder? Ach so, ob wir da wirklich überall drin waren oder nicht, keine Ahnung. Ja, das ist ja auch schon voll lange her so. Ja, die Ressourcen sind wahrscheinlich nie nachgewachsen. Ja, wie du noch aus? Hat keiner gesehen. Hat da jemand? Ich stand direkt vor dir, du. Hast du was das? Hast du nicht gesehen, als mal Sven aus dem Boden kam? Das war ein Schlepphorn, Rattfatz. Alter. Alles durch... Okay, die Pizza darf ich mir jetzt schlecht. Aber das war's, glaube ich, oder? Dann gehe ich jetzt mal weiter. Wow, 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 wow. Ah, das ist etwas extra gut, oder? Ah, gut, na. Alles klar, hier ist dann aber auch das Ende der Schlucht. Oh, da ist hier noch ein Zombie, oder? Ich habe auf einmal Reisen genommen gefunden. Da unten sind ja auch nochmal... Da unten in der Schlucht sind so Mistviecher drin. Unten, unten lang gegangen. Weil es nicht ganz genau ist. Du bist normal, oder? Ja. Oh, das ist doch passend. Warte, wenn es so ein Ding geht. Das ist doch... Was glaubt ihr... Habt ihr... Ehm... Seid ihr dann durch da? Ehm, ne, noch nicht hier. Es ist doch immer... Ah, te, das war immer... Das ist der gleiche Block. Ne, ne, ne. Peter, tippen wir uns nur noch einen neuen Verkämmen. Oh, Bogenschätze, achtsch. Habt ihr einen Bogen? Ja, wir brauchen den Bogen. Alles klar. Ah, da hinten steht noch einer. Am Ende des Ganges. Der Mau. Brümmts! War das Absicht? Ja, es sind zwei am Ende des Ganges. Nee, das war jetzt zu viel. Hey, Lukas, ich denk's ab! Ich denk's ab, warum? Alter, ich sehe nichts. Das ist der Ende dort gerade. Holy shit! Kannst du dich nicht mit dem Schild vor mich stellen und die Sachen blocken, Tucki? Ich hab mein Schild bei mir, du Stück Scheiße, what the fuck! W-what the fuck, bei mir hast du ein Schild in der Hand! Ey, ich hab mein Bogen in der Hand. Du hast doch noch mal hier in der Hand, du Flasche. Jetzt ist noch einer. Du Cackboy, ey. Xoost hat mal welche Scheiße, Alter. Was kannst du eigentlich, Chris? Ich bau grad hier Kohle ab! Er hat mich abgeschlagen, ne? Was du hast? WTF, aua. Aua. Ey, ich hab mich attackiert hier im Bombo. Wie viel fliegt? Ey, da schleden wir! Oh, noch ein Zombie. Äh, ding ins Autsch. W2-Light-Pil, davon bin ich hier. Ah! Ah! Aua! Ey! Ich bau doch hier grad Kohle ab, was soll denn das? Oh nein, wie se- what the fuck. Hat das gerade einer von euch gesehen? Nein, hab ich nicht. Tatsächlich nicht. Von der Wand? Man ist nicht geflogen, also... Hallo, ist denn noch einer? What the fuck is happening? Oh nein, die Kohle-Mine geht direkt auf so ein gelbes Nest zu. Wir sind ja noch mehr fucking... Ich komme, Wigiboi. Die aggroen ja dann dich. Weiß ich noch nicht. Vielleicht wuddel ich sie auch einfach gar nicht aus und hab Glück, dass die immer drüber sind oder drunter oder so. Ah ja, okay. Sind sie nicht da? Gut. Vielleicht hier? Da sind auch Gegner, aber ansonsten... Ja. Wir sagen wieder... Tschüss und bis morgen. Erstens in Sekunden. Äh... Genau. Denn die Folge für heute ist zu Ende. Tschüss! Musik Starb beers Äh ... zusammen busst Mehr...